Moin Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute testen wir die Big Boys von Xplode. Das sind ja eine Neuheit 2017. Ein Ball hat eine NEM von ca. 15 Gramm. Das sind ja extrem heftig. Und wir werden jetzt alle drei Bälle hier einfach mal zünden und mal sehen wie die sind. So der erste. Heftige Scheiße ey. Was für eine Explosion. Also ich kann jetzt schon mal sagen kauft euch die Teile auf jeden Fall. Krasse Scheiße. So das war es mit dem Testvideo. Moin Pyros und herzlich willkommen zu diesem krassen Crackling Inferno Video. Wir haben hier 15 mal die Big Boys von Xplode mit einer roten Litze verbunden. Das wird richtig heftig. Auto kommt. Halte mal das Auto an. Nein, 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 nein Musik